Am 15. März des Kommunalwahl in Bayern. Tausende von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker werden gewählt. Noch mehr Kandidaten treten an. Als Ministerpräsident möchte ich Sie ganz herzlich bitten, zum Wählen zu gehen. Alle Möglichkeiten zu nutzen, sich für Ihre Gemeinde, sich für Ihren Ort, Ihre Stadt, Ihren Kreis einzusetzen. Kommunalpolitik ist das, was vor Ort passiert. Da werden wichtigste Fragen vor Ort in Ihrer Straße mit entschieden, wenn es um Kinderbetreuung, Verkehrsplanung oder viele andere Dinge geht. Deswegen ist es wichtig, dabei zu sein und demokratisch sich zu engagieren. Meine Freude wäre, wenn so viele wie möglich diesmal zum Wählen gehen und die Wahlbeteiligung höher liegen würde. Alles Gute. Bitte gehen Sie zum Wählen am 15. März.